Hallo, Nancy und ich sind gerade auf dem Sprung und zwar etwas ganz Spannendes machen wir heute. Wir gucken uns genau das Haus an, was wir uns ausgesucht haben, wofür wir schon einen Kostenvoranschlag haben. Und ja, also heute gucken wir uns das nochmal ganz live an. Langsam neigt sich der Countdown Gott sei Dank dem Ende zu, denn wir haben alle Kostenvoranschläge für das Architektenhaus langsam beisammen. Wir haben ja jetzt auch alle Kosten bzw. einen Kostenvoranschlag für das neue Haus, sodass wir das ganz genau vergleichen können und dass wir dann gemeinsam eine Entscheidung fällen können in der Familie. Ja, also es geht jetzt los und ich nehme euch direkt mit in das Haus und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Wir sind angekommen. Das ist das Haus, worum es sich dreht und was auch von der Wohnfläche etwa äquivalent wäre zu dem Architektenhaus, zu dem umgebauten Architektenhaus. So sieht es natürlich anders aus als das Haus, was ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Aber wie das Haus von außen aussieht, kann man noch sehr, sehr gut beeinflussen und auch die Gauben und so weiter kann man alles noch verändern. Und wir gucken uns das Haus jetzt nochmal von außen ganz genau an. So schaut es aus. So wäre dann die Gartenansicht. Das heißt, da hätten wir dann die Küche, da ist Esszimmer, da ist Wohnzimmer. Und wir würden das natürlich ein bisschen ummodeln. Also es würde so ähnlich aussehen. Wir hätten nur nicht so eine Rundung. Ich finde das so ein bisschen altbacken, sondern wir hätten das als eckigen, ich weiß nicht, wie man das nennt, als eckiger Vorwölbung. Und die hätten wir auch eckig, also die Gaubenländern auch eckig, sodass das Ganze ein bisschen moderner erscheint. Das Haus, so wie es da steht, ist wirklich perfekt geplant. Mein Problem ist jetzt immer nur, wie stelle ich das auf unser Grundstück drauf. So rum wäre es total schön, also vom Garten her. Es ist nur so, dass wir ja ein längliches Grundstück haben, das heißt, da käme dann das Auto und wir müssten irgendwie da an der Seite rein. Oder man macht es wirklich so, wie es jetzt gerade hier steht, dass man um das Haus herum geht. Dass man die ganze Planung so übernimmt, wie sie jetzt hier ist. Also würde man jetzt hier am Wohnzimmer vorbeifahren, mehr oder weniger. Und dann wäre hier die Parkfläche. Ich muss mir also noch ein bisschen was überlegen. Ich merke nur, dass die Planung, die wir hatten bis jetzt, dass ich das doch nicht so gut finde. Also das würde ich doch ein bisschen anders noch machen. Ich würde eher versuchen, diese Raumplanung, die in diesem Haus schon ist, zu übernehmen. Weil die schon sehr, sehr krass optimiert ist auf die einzelnen Räumlichkeiten. Auf das Badezimmer, auf die einzelnen Kinderzimmer, auf die Elternschlafzimmer und so weiter. Also es ist schon extrem gut optimiert hier. Also wenn man da eine Änderung reinbringt, dann kann es sehr schlechter werden. Jetzt gehen wir mal in das Haus. Der Eingangsbereich ist schon relativ groß. Garten wäre jetzt hier direkt vor uns. Das wäre schon ein schöner Eingang, also wenn man direkt in den Garten gucken kann. Hier ist das Esszimmer und das ist so ein bisschen optisch getrennt. Also das ist eine Sache, die man nicht unbedingt haben muss. Aber ich finde es total schick, so einen Fake-Kamin mit einzubauen. Und da hinten ist die Mami. Mit dem Baby. Wie in dem echt sehr großen Wohnzimmer. Ich gehe mal in eine Ecke. So. Das ist schon ziemlich groß. Hier ist der Essbereich und da die Küche. Die Küche bleibt im Architektenhaus relativ klein und das ist hier mal ganz anders. Ich persönlich finde es jetzt schade, dass es so schwarz ist. Ich mag schwarz als Küche gar nicht. Das sieht alles so dunkel und drückend aus. Hell und freundlich wäre vielleicht besser gewesen. Hier gibt es noch mal eine kleine Theke, wo man dann die Kinder schnell abfrühstücken lassen kann morgens vor der Schule. Und dann ist hier auch diese Rundung, die man von außen gesehen hat, da kann man nach draußen gucken. Das ist echt auch sehr klug geplant hier. Hier ist ein Vorratsraum. Der ist ein Tickchen größer als jetzt bei uns in dem anderen Haus. Und hier ist der Hauswirtschaftsraum. Der würde verschwinden, weil wir ja dann einen Keller nehmen würden. Und dann wäre hier ein Schlafzimmer ein zweites. Oder hier wäre dann das Elternschlafzimmer so rum. Sodass der obere Bereich dann nur für die Kinder ist. Hier ist noch mal ein Badezimmer. Auch relativ groß. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Für mich natürlich sehr, sehr wichtig, wie das oben eingeteilt ist. Denn eigentlich geht es ja die ganze Zeit darum, den Kindern Platz zu schaffen. Dass sie auch Räume haben, wo sie gut unterkommen können. Wo sie schlafen können, wo sie arbeiten können. Wo sie ihre Hobbys ausfüllen können und so weiter und so weiter. Das ist also sehr, sehr wichtig für mich. Wenn man nach oben kommt, hat man auf der linken Seite gleich schon ein kleines Badezimmer. Was aber schon so geräumig ist, dass hier auch eine große Dusche reinpasst. Also eine sehr große Dusche ist das hier. Ich kann das mal so demonstrieren. Dann kommt das erste Kinderzimmer. Das ist jetzt nicht ganz so groß. In der Version, die ich vorgesehen habe für die Kinder, hat jedes Kinderzimmer etwa 20 Quadratmeter. Und daneben ist gleich das Elternschlafzimmer. Ich finde es komisch, dass die Elternschlafzimmer so groß geplant sind. Davon kann ich persönlich nur abraten. Denn die Eltern sind diejenigen, die ja gar nicht sich die ganze Zeit im Schlafzimmer aufhalten. Sondern die Eltern schlafen nur im Schlafzimmer, gehen dann runter ins Wohnzimmer und kochen und bewohnen das Wohnzimmer. Die Kinder sind die, die eigentlich mehr Raum brauchen. Aber auch hier ist es so geplant, dass das Elternschlafzimmer wirklich riesig ist. Und ein eigenes, ganz, ganz großes Badezimmer hat. Und sowas finde ich persönlich etwas unsinnig. Weil wer will denn baden? Das sind häufig die kleinen Kinder, die möchten gerne baden. Und man braucht ja, wenn man mehrere Kinder hat, schon noch ein zweites Badezimmer, wo die Kinder hin können. Und wenn das große, zweite Badezimmer extra so angelegt ist, dass man dafür extra durch das Elternschlafzimmer laufen muss, finde ich das nicht so gut geplant. Also es ist räumlich super schön. Also dieses Badezimmer würde ich auch genauso wieder hier hin bauen. Nur würde ich es so machen, dass es eben nicht nur vom Elternschlafzimmer zu begehen ist, sondern ganz leicht von allen genutzt werden kann. So ein abgetrennter Bereich für die Schränke finde ich sehr schön. Dann hat das auch den Charakter eines begehbaren Kleiderschranks, diese Ecke hier. Sehr gemütlich gemacht. Und dann geht es hier weiter. Ein weiteres Kinderzimmer. Auch wieder mit großen Fenstern, sehr hell. Auch so geräumig. Also selbst wenn das Bett jetzt hier mitten im Zimmer steht, kann man sagen, Mensch, also immer noch viel, viel Platz. Und das ist so ein Riesenbett. Eieiei. Hier ebenfalls ein sehr großes Zimmer. Jedenfalls so groß, dass ein Kind es sehr, sehr gut nutzen kann für seine Hobbys und zum Schlafen und so weiter. Was ich nicht erwartet habe und was auch nicht auf der Karte drauf war, zur Planung, war das da oben. Habe ich gar nicht auf dem Kasten gehabt. Und zwar diese Treppe geht nach oben. Und man kann hier oben, hat man nicht einfach einen Dachboden, sondern das ist hier komplett ausgebaut. Mit großen Fenstern. Und es ist riesig. Was man auch immer vorhat in unserem Leben. Also man kann es hier auf jeden Fall sehr gut umsetzen. Von Kunst. Also die haben schon... So aus Spaß haben die hier so ein bisschen Kunst hin gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, dass es ein Picasso oder irgendwas sehr abstraktes. Wird später mal sehr wertvoll sein. Und hier noch ein weiterer Raum. Wieder mit viel Fenster, viel Licht. Also ich bin total begeistert gerade. So, jetzt rattert es ein bisschen, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig ist. Manchmal wird der Wohnraum so ein bisschen schön gerechnet. Ehrlich gesagt. Aber das ist einfach riesig, das Haus. Die Einteilung ist super. Die Ausrichtung auf den Garten wäre schick. Manchmal ist es ganz gut, wenn man etwas ausschließen kann. Weil etwas dann doch nicht so ist, wie man es sich hier vorgestellt hat. Oder weil es sich der Planung entspricht, wie man es sich so gedacht hat. Also ich bin da jetzt aber ein bisschen bach, weil das wird natürlich alles nochmal schwieriger machen. Gerade diese Idee mit dem Keller. Weil das Haus, was wir hier sehen, das ist so, wie es hier steht, schon günstiger als der Umbau. Und zwar wesentlich günstiger. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier gäbe es dann noch eine Treppe hier runter in den Keller. Und der Mann, der hier das geplant hat, der hat auch einen Wohnkeller geplant mit hohen Decken, Fußbodenheizung und blablabla. Also der ist wirklich ein wunderschönes, sehr, sehr großes Haus. Na mein Schatz, was sagst du? Ich bin den Handwerk. Wir haben uns ja echt schon viele Häuser angeguckt. Aber das hier, das könnte ich mir jetzt sehr gut für uns vorstellen. Ja, es ist wirklich so. Wir haben uns wirklich viele Häuser angeguckt. Und dann ist es dann doch zu klein. Oder man merkt nachher, oh, die Räume passen nicht. Es ist einfach nicht passend. Und hier passt alles. Na gut. Ich glaube, wir gucken uns noch ein, zwei Häuser an. Ja. Okay. Dann bis später.